Geht's da lang richtig weiter? Da muss ich erst hier unten noch kurz gucken. Okay, hier ist aber... Oh, hier geht's runter. Viel wartet hier. Ich bin der Bester! Ja, bist du? Beto. Okay, da ist nix, da ist nix. Na gut. Hätte ja sein können, dass da auch ein Schergel ist, ne? Aber jetzt sind wir sicher, jetzt kommen wir weiter. Oh, man kann die Vögel sogar... Ahem. Wie war diese Kisten hier? Nicht schlecht. Ah, und er nimmt den Piraten. Ja, schön. Ein Schergen. Da hängt einer. Kommen wir erstmal zu ihnen hier. Kommen wir erstmal zu ihnen hier. Der hat an die Lebenskugeln verdoppelt. Ja, das ist langsam... ...geht's hier voran. Weißt du, was war ich dabei? Ne. Was will jemand und keiner haben? Das auch nicht. Gut. 40% haben wir. Da seid ihr ja. Ich wusste, ihr schafft es. Tut mir leid, Herr. Wir hatten das Signal vorübergehend verloren. Gut, euch lebendig zu sehen. Macht euch auf den Weg zur Schmuddelsportal. Ich dachte, ihr seid vielleicht durch lokale Gegebenheiten... Das habe ich gehört. Den Gerüchten der Berufprobe zufolge hat das Keilerei noch nicht ganz immer Licht übernommen. Anscheinend verstecken sich nach wie vor Elfen im Dschungel. Dann müssen wir so... ...finden und vernichten. Oder versklaven. Hallo, lass uns in Ruhe. Okay, fünf haben wir. Dann geh ich erstmal hier lang. Ah, da ist auch Nummer 6. Das muss wir tun. Eine 6 haben wir. Was ist das da eigentlich? Nix, okay. Wo wollt ihr denn? Hier sind jetzt ja auch noch Elfen. Ach, ja. Egal, Nummer 7. So gemacht, Meister! Mh, mhm. Da lang? Oder hier? Rechts lang? Ich geh erstmal kurz hier noch rein. Da sind Kisten. Ich darf ja nie wieder liegen lassen, ne? Wer den Cent nicht ehrt und so weiter. So, hast du für euch dabei? Ne. Komm, ihr bleibt mal da. Oh. Komm ich nicht durch. Okay, komm mal her. Ihr müsst es holen. Danke. Haben wir hier noch was? Nein, okay. Das ist eine Lebenskraft für mich, wäre ganz gut. Ich stütze mal ein bisschen das Grünswerk. Diese Weibchen sind der Inbegriff der Elfenschönheit. Sie mästen sich selbst, damit sie ihrer Muttergöttin ähnlich sind. Aha. Wo ist der siebte? Immer sieben, wo bist du? Hört ihr auch dieses Geldgeräusch im Hintergrund? Na ja, komm. Willst du dich da runterholen? Ihr stört die Fütterung. Argetzt euch nicht an mir. Ah, checken. Ort rein. Ort hält die Führer aus. Oh, Mann. Aha. 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 Boah, hält die Führer aus. Hier stört die Fütterung. Ach, gebt euch nicht an mir. Nee. Nee, nee. Das passiert nicht. Oh, was wollt ihr denn jetzt noch hier? Oh, was wollt ihr denn jetzt noch hier? Oh, Mann. Sieht schlecht aus gerade. Puh. Na, geht's nochmal. Ja. Erholt euch mal gut. Hier ist bald jetzt die Olle zur Hälfte. Bittergöttin, beschütze mich. Ihr stört die Fütterung. Ja. Also, drehen. Okay, ich hol mir noch eine Hilfe. Oh, das gibt eine tolle Hilfe, ne? Mein Körper ist ein Tempel. Ja, wir sterben fast. Aber wir haben sie auch fast. So, jetzt aber rauf da. Nee. Ich beschütze nichts mehr. Uiuiui. Hier, wollte ich was davon? Offenbar nicht. Okay. Uns fehlen immer noch drei. Beziehungsweise sogar ein Siebter fehlt noch. Wo ist er hin? Der ist bestimmt da unten noch am Strand und versucht, um was zu holen. Ich gehe da mal ganz kurz nachgucken. Da ist er ja. Hallo, hier bin ich. Na, Glück gehabt. Okay, dann gehen wir mal weiter Richtung Portal. Mal schauen, ob wir die restlichen drei Schergen auch noch finden. Wäre ja super. Ob die so weit verschleppt wurden? Nee, offenbar nicht. Hm. Okay. Ähm. Kann ich mir die Karte angucken? Eigentlich waren wir da überall, ne? Obwohl, sie sind ja markiert. Also, waren wir noch nicht überall. Mit gewöhnlichen Schergen kommt ihr nicht an diesen Giftschranken vorbei. Ihr braucht die Grünen. Ja. Sie lieben den Dschungel besonders, wenn es dort faulende Vegetation und außergewöhnlichen Gestank gibt. Geht tiefer in den Dschungel her. Vielleicht könnt ihr sie erschnüffeln. Ja, das Schnüffeln. Dann mache ich mir auch vorher noch andere Schergen wieder. Ja. Nur um ein bisschen besser gewappnet zu sein. Oh, was haben wir hier? Einen Schmiedestein? Komm, wenn ich noch mehr hinschicke. So schnell geht's, oder? Nee. Na gut, bring's mal eben weg. Wir warten so lange. Ja. Kannst du mir ein bisschen aufräumen. Da kommen wir eh nicht durch. Oh. Das ist eine Vermutung. Ja. Ich muss euch alle wegschicken. So, zunächst die Roten. Und jetzt euch. Wo ich hingehe, könnt ihr mir leider nicht folgen. Ach ja. Ich vermisse die Blauen. Auch die werden wir irgendwann haben, ne? Kann eigentlich gar nicht mehr so lange dauern. Oh. Oh. Bei meinen Schuppen. Was für ein Teddybärenmonster ist das denn? So etwas habe ich noch nie gesehen. Noch nicht einmal in der Gegend um den alten Turm. Es ist so flauschig. Es ist wilderlich. Meine Augen. Meine Augen. Was für ein wundervolles Fell dieses Tier hat. An mir würde es aber vermutlich viel besser aussehen. Mhm. Ja, dann komm her und rutsch dir. Ich glaube, ich brauche den nicht angreifen. Wir sollten dieses Monster weiter mampfen lassen, Herr. Dieses Kurkar ist, rein mitzuschränken. Oh. Ja, ja. Mampf du mal weiter. Ja, dann kannst du mir nicht folgen, ne? Kurzer Blick auf die Karte. Ähm. Okay, da oben sind meine Schergen. Kann ich ihn... Kann ich ihn unterwerfen, ne? Aha. Oh, aua, aua. Hm. Okay, da komm ich nicht mehr durch. Schade. Aber dann kriege ich auch nicht tot. Oh, das sieht ganz gut aus, Herr. Okay. Soll ich ein Schwert haben, das ist schnell. Ja, den kriegen wir. Mal weiter rein. Nimm das und das. tschau ein paar Lebenskugeln, nicht schlecht ok hier ist leider gar nichts außer Wasser Wasser, wo ich nicht rüberkomme, ok ich werde nochmal in Ruhe hier gucken ach, da ist der andere du bist nett, oder? offenbar er macht doch ordentlich Lebenskugeln, ne? komm oh oh, den können wir nicht hauen ok gehen wir eben teilen ja, der haut irgendwie schneller zu ich muss einmal in den 3er Flow einkommen lass ihn nicht schaffen bleib doch mal stehen ok, man muss einmal in den 3er Schlag reinkommen und dann geht's ha, dann haben sie ihn halt kurz heilen die beiden die beiden Pandas hier haben uns doch ordentlich zugesetzt so dankeschön dann gehe ich mich mal schnell heilen und dann kann man weiter den Jungle erkunden so Oh, mehr Zauber. Also unser Verdebtwärtszauber, den wir da haben, der taugt ja nicht so viel. Naja. Hilft halt nur zum Unterwerfen von Menschen, ne?